meine damen und herren guten morgen und herzlich willkommen zur vorlesung handelsrecht in der letzten woche waren wir stehen geblieben beim fall 10 wir haben uns die haftung im fall der unternehmens und firmenfortführung angeschaut zunächst einmal bei übertragung des unternehmens unter lebenden § 25 hgb dann von todes wegen § 27 und bei fall 10 da haben wir schon die vorschrift des § 28 hgb gesehen im fall 10 haben wir den k der ein umzugsunternehmen betreibt das auch im handelsregister eingetragen ist er möchte sich beruflich etwas zurückziehen und vereinbart deswegen mit seinem langjährigen mitarbeiter es die gründung einer kommandit gesellschaft dieser kommandit gesellschaft soll dann der es als persönlich haftende gesellschafter und der k als kommanditist mit einer einlage von 50.000 euro angehören und diese einlage wird auch von k in voller höhe gezahlt die kg firmiert dann unter sauber und transporte kg das heißt sie führt jetzt nicht die bisherige firma fort sondern führt jetzt eine neue firma und ja der k hatte ein transportfahrzeug zum preis von 60.000 euro bei der agmbh gekauft davon hatte er nur 30.000 bezahlt den restlichen kaufpreis verlangt nun die a ersetzt und zwar von der kg zunächst einmal dann aber auch von s und k persönlich und wir müssen uns jetzt gedanken machen wie sieht es mit den haftungsverhältnissen aus wir hatten uns in diesem zusammenhang einen kurzen überblick über die personengesellschaften die merkmale der personen handelsgesellschaften speziell und die haftungsverhältnisse bei den personen handelsgesellschaften verschafft und bei den personen handelsgesellschaften haben wir es mit rechtsfähigen gesellschaften zu tun paragraf 124 hgb über 161 absatz 2 auch auf die kg anwendbar die personen handelsgesellschaften sind also als solche rechtsfähig sind aber keine juristischen personen sondern mit den gesellschaftern bislang sagt man noch in ihrer gesamthänderischen verbundenheit identisch und diese identität kommt unter anderem darin zum ausdruck dass die gesellschafter der ohg für die verbindlichkeiten der gesellschaft persönlich und accessorisch mit ihrem privatvermögen haften das gilt zunächst einmal für diejenigen gesellschafter die schon im zeitpunkt der entstehung der gesellschaftsverbindlichkeit gesellschafter waren gilt darüber hinaus aber nach paragraf 130 hgb auch für neu eintretende gesellschafter und paragraf 130 ist wichtig dann auch für das verständnis des 28 hgb paragraf 130 sagt wer in eine bestehende gesellschaft eintritt haftet gleich den anderen gesellschaftern nach maßgabe der 128 und 29 für die vor seinem eintritt begründeten verbindlichkeiten der gesellschaft ohne unterschied ob die firma eine änderung erleidet oder nicht also auch neu eintretende gesellschafter haften über den 130 persönlich und accessorisch für die altverbindlichkeiten der gesellschaft und bei der kommandit gesellschafter haben wir eben die besonderheit dass es neben dem persönlich haftenden gesellschafter dem sogenannten komplementär noch mindestens einen kommanditisten gibt beim kommanditisten ist die besonderheit dass der kommanditist nur beschränkt haftet nämlich beschränkt auf die sogenannte haft summe das heißt also es wird in das handelsregister ein bestimmter betrag eingetragen bis zu dessen höhe der kommanditist haftet und wenn der kommanditist eine einlage mindestens in höhe dieser haft summe erbracht hat dann ist er von der haftung befreit es sei denn die einlage wird ganz oder teilweise zurückgezahlt dann lebt die haftung wieder auch ja das also die haftungsverhältnisse bei der kg ein mindestens ein gesellschafter haftet unbeschränkt persönlich das ist der persönlich haftende gesellschafter oder komplementär daneben gibt es noch mindestens einen gesellschafter der beschränkt auf eine haftsumme haftet von der haftung befreit wird so weit er die einlage geleistet hat das ist der kommanditist und auch für die kg für den eintritt eines kommanditisten gibt es eine parallelregelung zu 130 hgb 173 hgb sagt wer in eine bestehende handelsgesellschaft als kommanditist eintritt haftet nach maßgabe der 171 72 für die vor seinem eintritt begründeten verbindlichkeiten der gesellschaft ohne unterschied ob die firma eine änderung erleidet oder nicht ja da haben wir also die parallelregelung zum 130 für den kommanditisten der in eine bestehende kg eintritt ja in unserem fall war zunächst einmal die frage haftet die kg für diese restliche kaufpreisverbindlichkeit unmittelbar aus einem kaufvertrag haftete die kg nicht denn als der kaufvertrag durch den k abgeschlossen wurde gab es die kg noch gar nicht das heißt die konnte auch dementsprechend nicht vertreten nicht verpflichtet werden das heißt also eine unmittelbare haftung aus dem kaufvertrag schadet hier aus aber wir haben gesehen über den paragrafen 28 können wir hier möglicherweise zu einer haftung der kg kommen paragraf 28 hgb sagt tritt jemand als persönlich haftender gesellschafter oder als kommanditis in das geschäft eines einzelkaufmanns ein so haftet die gesellschaft auch wenn sie die frühere firma nicht fortführt für alle im betrieb des geschäfts entstandenen verbindlichkeiten des früheren geschäftsinhabers und dann haben wir noch eine parallelregelung zu 2512 die in dem betrieb begründeten forderungen gelten den schuldnern gegenüber als auf die gesellschaft übergegangen da gilt also entsprechendes wie nach 2512 hgb das heißt also ein schuldner des bisherigen inhabers kann mit befreiender wirkung jetzt wahlweise entweder an den bisherigen inhaber oder aber an die gesellschaft die personenhandelsgesellschaft leisten da gilt also entsprechendes wie super 25 absatz 1 satz 2 ja uns interessiert jetzt eher der satz 1 und der setzt voraus es muss jemand als persönlich haftender gesellschafter oder kommanditist in das geschäft eines einzelkaufmanns eintreten das heißt die erste voraussetzung ist es muss ein einzelkaufmännisches unternehmen bestehen auch hier sagt die ganz überwiegende meinung entsprechend dem wortleut wir brauchen ein kaufmännisches unternehmen auf nicht kaufmännische unternehmen ist paragraf 28 nicht anwendbar in unserem fall sagt aber der sachbehalt ja ausdrücklich wir haben ein umzugsunternehmen das ist ein gewerbliches unternehmen und wir haben eine eintragung im handelsregister dementsprechend also nach jedenfalls nach paragraf 2 ein einzelkaufmännisches unternehmen dann die zweite voraussetzung es muss jemand in dieses einzelkaufmännische unternehmen wie der 28 1 1 das formuliert als persönlich haftender gesellschafter oder kommanditist eintreten gemeint ist damit dass eine personenhandelsgesellschaft gegründet wird und diese personenhandelsgesellschaft dann das unternehmen fortführt anders gesagt also das unternehmen in die personenhandelsgesellschaft eingebracht wird das ist mit dieser formulierung gemeint ja also die ist juristisch nicht korrekt man kann nicht in ein unternehmen eintreten man kann in eine gesellschaft eintreten gemeint ist also dass eine gesellschaft gegründet wird in die gesellschaft das unternehmen das bisher einzelkaufmännische unternehmen eingebracht wird und dann eben von der gesellschaft fortgeführt wird auch diese voraussetzung haben wir schon gesehen ist in unserem fall erfüllt der es ist in die oder es hat zusammen mit dem k dem bisherigen allein inhaber eine kg gegründet und in diese kg ist dann das unternehmen des k eingebracht worden dementsprechend also auch diese voraussetzung erfüllt dann muss zunächst einmal das unternehmen durch die kg fortgeführt werden auch hier reicht wie bei 25 die tatsächliche fortführung aus das heißt also ob die zugrunde liegenden rechtsgeschäfte gültig sind darauf kommt es für die fortführung nicht an also tatsächliche fortführung des unternehmens das aber auch hier erfülltes und umzugs unternehmen wird durch die kg weitergeführt ausdrücklich sagt 28 1 1 dass die fortführung der firma nicht erforderlich ist und an der stelle wird deutlich dass der fahrer 28 eben anders als der 25 keine reine rechtsschein vorschrift ist oder eine vorschrift die auf eine verkehrserwartung abstellt sondern ist eine ergänzungsvorschrift zugleich auch zu den paragrafen 130 131 130 100 173 hgb die wir gerade gesehen haben nach diesen vorschriften wenn schon eine personenhandelsgesellschaft besteht und ein neuer gesellschafter in diese personenhandelsgesellschaft eintritt dann haftet er auch für die altverbindlichkeiten und zwar ohne rücksicht darauf ob die firma geändert wird oder nicht das sagen die 130 173 hgb und der 28 ergänzt diese vorschriften für die konstellation dass wir noch keine personenhandelsgesellschaft haben sondern mit dem eintritt des weiteren der weiteren person eine solche personenhandelsgesellschaft entsteht das ist wertungsmäßig der der konstellation gleichzusetzen dass schon eine gesellschaft besteht und in die bestehende gesellschaft ein neuer gesellschafter eintritt der haftet dann für die altverbindlichkeiten und entsprechend das muss um zur vermeidung von wertungswidersprüchen gelten wenn man in ein einzelkaufmanagement unternehmen eintritt das heißt also wenn mit dem eintritt erst die personenhandelsgesellschaft entsteht dann muss eben um eine gleichmäßige behandlung beider konstellation zu erreichen ebenfalls diese haftung für altverbindlichkeiten eintreten und entsprechend auch der regelung der 130 173 ohne rücksicht darauf ob die firma fortgeführt wird ja also der 28 hat einen insofern eigenständigen charakter weil er eben keine reine rechtsscheinvorschrift keine reine vorschrift zur erfüllung einer verkehrserwartung darstellt sondern eben auch eine ergänzungsfunktion hat im verhältnis zu den paragrafen 130 173 hgb die wir gerade kennengelernt haben also fortführung der firma nicht erforderlich in unserem fall ist es dementsprechend unschädlich dass die kg jetzt mit einer neuen firma mit dem namen des s auftritt das hindert also die haftung nach 28 11 nicht ja dann muss es sich um eine verbindlichkeit handeln die im betrieb des früheren inhabers des einzel früheren kaufmännischen unternehmens begründet worden ist da gilt das gleiche wie zu 25 absatz 1 satz 1 das heißt also der rechtsgrund der verbindlichkeit muss während der inhaberschaft des früheren inhabers gelegt worden sein wann die fälligkeit eintritt das ist nicht entscheidend sondern entscheidend ist dass die rechtliche grundlage schon zu zeiten der inhaberschaft des früheren inhabers gelegt worden ist das ist der fall der kaufvertrag hier über dieses fahrzeug der es eben noch zu zeiten der inhaberschaft des k abgeschlossen worden der umstand dass nach der abrede zwischen k und a die fälligkeit erst später nach gründung der kg eintreten sollte das hindert also die anwendung des 28 11 nicht ja ganz genau wie bei 25 gibt es auch bei 28 die möglichkeit die haftung im verhältnis zu dritten auszuschließen paragraf 28 absatz 2 eine abweichende vereinbarung ist einem dritten gegenüber nur wirksam wenn sie in das handelsregister eingetragen und bekannt gemacht oder von einem gesellschafter dem dritten mitgeteilt worden ist das also die parallel vorschrift zu 25 absatz 2 hier ist also nach überwiegender auffassung abschließend geregelt in welchen fällen der dritte sich nicht auf diese haftung nach 28 11 berufen kann nämlich zum einen wenn die abweichende vereinbarung zwischen den gesellschaftern dass also die gesellschaft nicht für die altverbindlichkeiten haften sollte ins handelsregister eingetragen worden ist oder alternativ einer der gesellschafter muss dem dritten das mitgeteilt haben und genauso wie bei 25 absatz 2 sagt die überwiegende auffassung auch zu 28 absatz 2 es schadet nur die auf diese weise erlangte kenntnis also die abstrakte kenntnis aus dem handelsregister oder die konkrete kenntnis durch mitteilung eines der gesellschafter einer anderweitig erlangte kenntnis schadet also auch bei 28 nicht ja hier in unserem fall haben wir keine handelsregister eintragung auch keine mitteilung durch einen der gesellschafter auch zu 28 2 gilt die handelsregister eintragung und die mitteilung muss unverzüglich erfolgen das heißt also wenn man erst nach monaten im zeitpunkt der in anspruchnahme sagt wir haben doch was anderes vereinbart das reicht nicht mehr aus sondern das muss unverzüglich erfolgen und hier in unserem fall ist eine solche unverzügliche handelsregister eintragung unverzügliche mitteilung nicht erfolgt dementsprechend also kein ausschluss nach 28 absatz 2 dementsprechend kommen wir zum ergebnis der tatbestand des 28 1 1 ist erfüllt das bedeutet die kg die personenhandelsgesellschaft haftet jetzt für diese altverbindlichkeit des k und zwar neben dem k die rechtsfolge des 28 entspricht der des 25 wir haben einen gesetzlichen schuldbeitritt das heißt also der frühere inhaber und die personenhandelsgesellschaft haften jetzt als gesamtschuldner für diese altverbindlichkeit es tritt also die kg hier in unserem fall als zusätzliche schuldnerin zu dem k hinzu und der a kann dementsprechend über 28 1 1 auch gegen die kg den anspruch auf zahlung des restlichen kaufpreises gelten ja der an die die a nimmt ja nicht nur die kg sondern auch die beiden gesellschaften in anspruch das heißt zum einen den es zum anderen den k den früheren inhaber ja woraus könnte sich die haftung der beiden gesellschaften ergeben was könnte da die anspruchsgrundlage sein anspruch gegen den s der ist ja in dieser kg der persönlich haftende gesellschaft dann haben wir noch den k als kommanditisten der allerdings zugleich auch früher inhaber des unternehmens war ja woraus könnte sich hier eine haftung des es zunächst mal ergeben des persönlich haftenden gesellschafters aus dem gesellschaftsvertrag ja also hier geht es jetzt um die haftung nach außen ja also das machen sie im gesellschaftsrecht noch detaillierter das wäre dann ja bitte 130 ja 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 haftung des eintrittenden gesellschaft das oder woran könnte man auch denken ja man könnte auch ja 128 denken ja also 128 greift dann ein wenn im zeitpunkt der entstehung der verbindlichkeit schon eine gesellschaft bestanden hat und die betreffende person in diesem zeitpunkt schon gesellschaft da war ja dementsprechend wäre hier vorrangig der 128 zu prüfen zunächst einmal ist im verhältnis zu s festzustellen dieser kaufvertrag ist nicht von s selbst und auch nicht in seinem namen abgeschlossen worden dementsprechend also kein anspruch unmittelbar aus dem kaufvertrag der kaufvertrag ist mit k nicht mit s abgeschlossen worden also keine unmittelbare haftung aus dem kaufvertrag möglicherweise aber eine haftung nach paragraf 128 hgb und zwar hier in verbindung mit 161 absatz 2 für die kg verweist der 161 absatz 2 auf das recht der ohg soweit in den 161 folgende keine sondervorschriften enthalten sind und insbesondere verweist der 161 absatz 2 soweit es um die haftung und die rechtstellung der persönlich haftenden gesellschafter geht auf das recht der uhg das heißt also die haftung der persönlich haftenden gesellschafter bei der karriere ergibt sich aus dem 128 der setzt eine oder das ist eine accessorische haftung eine persönliche und accessorische haftung für die gesellschaftsverbindlichkeiten das heißt der 128 setzt zunächst einmal das bestehen einer personen handelsgesellschaft uhrg oder kg voraus das wäre die erste voraussetzung und es muss dann eine verbindlichkeit dieser personen handelsgesellschaft bestehen und hier in unserem fall haben wir tatsächlich eine solche verbindlichkeit der kg wie wir gerade gesehen haben über den paragrafen 28 absatz 1 satz 1 haftet ja die kg für diese kaufpreis verbindlichkeit das heißt also wir haben eine verbindlichkeit der kg dann als weitere voraussetzung für den 128 es muss der betreffende gesellschafter im zeitpunkt der entstehung dieser verbindlichkeit schon gesellschafter dieser gesellschaft gewesen sein andernfalls wenn er erst später eingetreten ist nach entstehung der verbindlichkeit dann wären wir über 130 in unserem fall ist ja diese verbindlichkeit aus 28 unmittelbar mit der gründung der kg entstanden ja und unmittelbar mit diesem zeitpunkt ist auch der s gesellschafter geworden das heißt also diese zeitpunkte fallen hier zusammen entstehung der kg entstehung der verbindlichkeit das 28 und gesellschafterstellung des s all diese ereignisse fallen in einem zeitpunkt zusammen und dementsprechend ist auch diese voraussetzung erfüllt also die verbindlichkeit der kg ist eben die aus 28 1 1 1 hgb und die weitere voraussetzung dass der s im zeitpunkt der begründung der verbindlichkeit schon persönlich haftende gesellschafter gewesen sein muss es ebenfalls erfüllt ja es ist also kein fall des 130 sondern mit dem eintritt des s in das unternehmen des kg ist der 28 1 1 formuliert entsteht die kg entsteht damit die verbindlichkeit des 28 1 und entsteht die gesellschafterstellung des s das heißt im zeitpunkt der entstehung der verbindlichkeit des 28 ist der s schon gesellschafter deswegen also ein fall des 128 kein fall des 130 ja das bedeutet dass auch der s persönlich und accessorisch über den 128 für diese gesellschafter verbindlichkeit haftet der s kann dementsprechend auch persönlich mit seinem privatvermögen in anspruch genommen werden haftet also ebenfalls aus aufzahlung der 30.000 euro gegenüber der a damit hat also die a einen weiteren schuldner ja das also ein zentraler grundsatz des rechts der personengesellschaften die gesellschafter haften persönlich mit ihrem privatvermögen für die gesellschaftsverbindlichkeiten die persönlich haftenden gesellschafter der kg unbeschränkt die kommunitisten das werden wir jetzt gleich noch sehen dagegen beschränkt ja dann haben wir als weitere personen die in anspruch genommen wird noch den k den früheren unternehmensinhaber woraus könnte sich denn die haftung des k ergeben ja ja 171 hgb das ist die eine anspruchsgrundlage und eine andere ja wer hat damals den kaufvertrag geschlossen der k das heißt haftung auch unmittelbar aus dem kaufvertrag also erster anspruch wäre der unmittelbar aus dem kaufvertrag und tatsächlich hat ja der k damals diesen kaufvertrag im eigenen namen geschlossen damals gab es ja noch gar keine kg die ist erst später begründet worden sondern er hat diesen kaufvertrag im eigenen namen abgeschlossen und dementsprechend wäre das die erste anspruchsgrundlage die haftung des k unmittelbar aus dem kaufvertrag und dann haben sie richtig gesagt als weitere anspruchsgrundlage 171 absatz 1 die haftung des kommanditisten bei einer kg die ergibt sich aus den 171 172 beim kommanditisten ist ja kennzeichnend für ihn wird in das handelsregister eine haftsumme eingetragen das ist der betrag bis zu dem er gegenüber den gesellschaftsgläubigern haftet und paragraf 171 sagt der kommanditist haftet den gläubigern der gesellschaft bis zur höhe seiner einlage bis zur höhe der haftsumme unmittelbar die haftung ist ausgeschlossen soweit die einlage geleistet ist das heißt also soweit der kommanditist eine mindestens den betrag der haftsumme erreichende einlage erbracht hat das kann eine geldeinlage sein eine sacheinlage jedenfalls etwas was mindestens den wert der haftsumme erreicht dann ist er von der haftung befreit 172 ergänzt im in absatz 1 im verhältnis zu den gläubigern der gesellschaft wird nach der eintragung in das handelsregister die einlage eines kommanditisten durch den in der eintragung angegebenen betrag bestimmt damit ist also klargestellt ist es nicht maßgeblich im verhältnis zu den gläubigern nach außen das was im gesellschaftsvertrag als einlage vereinbart worden ist sondern das was als haftsumme in das handelsregister eingetragen worden ist ja also man muss unterscheiden zwischen dem innenverhältnis da wird im gesellschaftsvertrag eine bestimmte einlage vereinbart und dem außen verhältnis dafür ist allein maßgeblich also außenverhältnis zu den gläubigern dafür ist allein maßgeblich die im handelsregister eingetragenen haftsumme und zweifel wird beides übereinstimmen aber es kann auseinander fallen und im letzteren fall ist eben maßgeblich was steht im handelsregister dann muss man sich anschauen erreicht die nach dem gesellschaftsvertrag im innenverhältnis geleistete einlage den betrag der haftsumme oder nicht ja und nur so weit sie den betrag der haftsumme erreicht ist die haftung ausgeschlossen unter 72 absatz 4 ergänzt weiter so weit die einlage eines kommanditisten zurückbezahlt wird gilt sie den gläubigern gegenüber als nicht geleistet das heißt insoweit lebt die haftung wieder auf ja das also die beschränkte haftung des kommanditisten und hier in unserem fall zunächst noch mal wieder voraussetzung dass eine verbindlichkeit der gesellschaft besteht das haben wir eben schon festgestellt das ist diese kaufpreis verbindlichkeit für die die kg über den 28 1 1 hat dann zweite voraussetzung es müsste der k im zeitpunkt der begründung dieser verbindlichkeit kommanditist dieser gesellschaft gewesen sein das ist entsprechend zu dem was ich zu es schon gesagt habe der fall ja also mit der einbringung des unternehmens in die kg entsteht die kg entsteht damit die haftung aus 28 und entsteht die kommanditisten stellung beides fällt alles drei fällt also in einem zeitpunkt zusammen und dementsprechend ist auch diese voraussetzung erfüllt aber 171 sagt ja soweit die einlage geleistet worden ist ist die haftung ausgeschlossen und hier in unserem fall sagt der sachverhalt der k hat die von ihm geschuldete einlage 50.000 euro entsprechend zugleich der haftsumme in voller höhe geleistet damit ist seine haftung ausgeschlossen er haftet also nicht mehr als kommanditist die haftung würde wieder aufleben wenn seine einlage oder soweit seine einlage zurückgezahlt wird das ist aber nicht geschehen dementsprechend ist die haftung des k ausgeschlossen er haftet wenn man so will nur mit der geleisteten einlage denn diese einlage von 50.000 euro die geht ja in das vermögen der kg über das vermögen der kg haftet ja den gläubigen ja also insoweit haftet er gewissermaßen mittelbar dadurch dass er eben diese einlage in das gesellschaftsvermögen geleistet hat aber im übrigen das heißt also mit seinem restlichen vermögen haftet er nicht mehr dementsprechend also kein anspruch der a gegen den k der k kann aber weiterhin ja als ursprünglicher vertragspartner in anspruch genommen werden er hat ja den kaufvertrag abgeschlossen da aber gibt es eine enthaftungsregelung das heißt also diese haftung setzt sich nicht zeitlich unbegrenzt fort sondern für diese haftung gibt es ja in parallele zu 26 hgb eine zeitliche grenze paragraf 28 absatz 3 sagt wird der frühere geschäftsinhaber kommanditist und haftet die gesellschaft für die im betrieb seines geschäfts entstandenen verbindlichkeiten so ist für die begrenzung seiner haftung paragraf 26 entsprechend mit der maßgabe anzuwenden dass die in paragraf 26 absatz 1 bestimmte frist mit dem ende des tages beginnt an dem die gesellschaft in das handelsregister eingetragen wird dies gilt auch wenn er in der gesellschaft oder einem ihr als gesellschaft der angehörenden unternehmen geschäftsführung tätig wird das heißt also eine geschäftsführende stellung des kommanditisten die kann man gesellschaftsvertraglich vereinbaren schadet nicht aber satz 3 seine haftung als kommanditist bleibt unberührt also diese beschränkte kommanditisten haftung die bleibt bestehen auch über den sich aus 28 absatz 3 ergebenden zeitrahmen hinaus der 28 absatz 3 satz 1 verweist auf den 26 mit der maßgabe das maßgeblich ist für den beginn der frist das ende des tages an dem die gesellschaft ins handelsregister eingetragen wird und der paragraf 26 sagt ist der erwerber eines handelsgeschäfts aufgrund der fortführung der firma und so weiter für die früheren geschäftsverbindlichkeiten haftbar so haftet der frühere geschäftsinhaber für diese verbindlichkeiten nur wenn sie vor ablauf von fünf jahren fällig und daraus ansprüche gegen ihn geltend gemacht sind ja also innerhalb von fünf jahren müssen diese ansprüche fällig sein nach ablauf dieser fünf jahres frist entfällt diese haftung aus der ursprünglichen verbindlichkeit hier in unserem fall aus dem kaufvertrag und 26 absatz 1 satz 2 sagt die frist beginnt mit dem ende des tages an dem der neue inhaber in das handelsregister eingetragen wird und hier dann entsprechend der zeitpunkt in dem die gesellschaft in das handelsregister eingetragen wird also ab eintragung der gesellschaft wird noch für alle verbindlichkeiten gehaftet die innerhalb von fünf jahren seit diesem zeitpunkt fällig werden für alle danach fällig werdenden verbindlichkeiten wird nicht mehr gehaftet tritt also die enthaftung ein das gilt aber nur für die haftung unmittelbar in unserem fall aus dem vertrag gilt aber nicht für die kommanditisten haftung die beschränkte kommanditisten haftung bleibt auch über diesen zeitpunkt hinaus bestätigen ja das also die enthaftungsregelung des paragrafen 28 absatz 3 enthaftet nur derjenige der kommanditist wird ja also nur der kommanditist wird der persönlich haftende der haftet unbeschränkt und zwar sowohl in seiner eigenschaft als persönlich haftender gesellschaft als auch als vertragspartner ja das heißt also wenn in unserer konstellation hier der k persönlich haftender gesellschaft geworden wäre und nicht der es dann würde sie enthaftungsregelung nicht eingreifen zugunsten des k ja ja das also zu paragraf 28 eine vorschrift zum einen ja die in gewisser weise dieser verkehrserwartung dass die verbindlichkeit dem unternehmen anhaftet berücksichtigt auf der anderen seite aber eben auch die paragrafen 130 173 hgb ergänzt und dazu wollen wir noch zwei kurze abwandlungen machen die erste abwandlung abweichend von fall 10 betreibt k nur ein kleines umzugs unternehmen in dem außer k selbst nur es zunächst als angestellter tätig ist die geschäftskorrespondenz und die buchhaltung erledigt k allein im handelsregister ist k nicht eingetragen k und es vereinbaren dass es als gleichberechtigter teilhaber in das unternehmen einsteigen kann a von s die zahlung von 30.000 euro verlangen ja hier hat das unternehmen einen kleineren zuschnitt und ja wozu führt das hier in unserem fall wie wird man dieses unternehmen dementsprechende einordnen müssen keine eintragung im handelsregister ja das ist jetzt ein kleingewerb nicht unternehmen und dementsprechend ein nicht kaufmännisches unternehmen und ja wenn jetzt die beiden vereinbaren dass der es in dieses unternehmen einsteigt was entsteht dann wenn es sich um ein kleingewerbliches unternehmen handelt und keine handelsregister eintragung vorliegt was entsteht dann eine gb r ganz genau ja hier entsteht also eine gb r und keine oha g oder kg weil wir es eben mit einem kleingewerblichen unternehmen zu tun haben man kann auch bei einer personengesellschaft durch die konstitutive handelsregister eintragung auch bei einem kleingewerbe eine oha g kg begründen das setzt aber dann eben eine handelsregister eintragung voraus in diesem fall konstitutiv die es hier nicht erfolgt ja dementsprechend also haben wir es hier mit einer gb r einer gesellschaft bürgerlichen rechts zu tun ja die frage ist kann in dieser konstellation der a von s die zahlung von 30.000 euro verlangen es ist ja derjenige der neu in die gesellschaft hinzu kommt unmittelbar aus dem kaufvertrag folgt hier kein anspruch weil der kaufvertrag eben noch von k in eigenem namen und nicht von dem s oder auch nicht im namen des s abgeschlossen worden ist auf welchem wege könnte man jetzt hier aber zu einem anspruch gegen den s kommen es als gesellschaft einer gb r woraus würde sich da die haftung ergeben wenn sie in die aktuell gültigen vorschriften der 705 folgende bgb hineinschauen da finden sie keine explizite regelung der haftung der gesellschafter ja das betrifft aber das innenverhältnis nicht das verhältnis nach außen nicht das verhältnis gegenüber den gläubigern ja also sie finden in den 705 folgende keine vorschrift die die haftung der gesellschafter der gb r nach außen regelt ja dementsprechend war das lange umstritten wo aus folgt die haftung vielleicht haben sie das schon mal gehört wie der bgh das dann am ende entschieden hat im jahr 2001 ja also die gb r haftet als solche ja sie ist als solche rechtsfähig auch das ist nicht explizit in den 705 folgen in ihrer aktuell gültigen fassung geregelt sondern das hat man dann auch in dieser entscheidung aus 2001 die bgh entscheidung weißes ross entschieden ja wie hat der bgh das gelöst auf welche idee könnte man kommen ja bei der gb r sind solche regelungen nicht enthalten bei der ohrg haben wir solche regelungen nämlich 124 rechtsfähigkeit der ohrg als solche und 128 persönliche haftung was wird der bgh wohl gemacht haben ja analoge anwendung ganz genau ja das heißt also wir könnten hier über den 128 hgb analog zu einer haftung des s als gesellschafter der gb r kommen das war also lange umstritten wie wird die haftung der gesellschafter der gb r konstruiert es gab eben gibt nach wie vor keine dem 128 hgb entsprechende regelung in den 705 folgende und da hat man sich lange gestritten werden die gesellschafter persönlich verpflichtet werden sie also gewissermaßen durch den geschäftsführungsvertretungs berechtigten gesellschafter mit verpflichtet da hat man also verschiedene konstruktionen sich überlegt der bgh hat das dann im anschluss an die habilitationsschrift meines akademischen lehrers in wertenbruch aus dem jahr 2000 2001 entschieden dahin dass die vorschrift des 124 hgb analog auf die gb r anzuwenden ist das heißt also auch die gb r ist als solche rechtsfähig und die gesellschafter der gb r haften und nach 128 analog für die gesellschafter verbindlichkeiten das heißt wir haben die persönliche accessorische haften das war also jahrzehntelang streitig bis dann der bgh das 2001 entschieden hat im neuen recht ab 1.1.2024 finden sie dann ausdrückliche explizite regelungen in den 705 folgende das sind dann nach neuer fassung die 721 folgende meine ich sind es da steht es jetzt ausdrücklich drin auch ist im künftigen recht in dem neuen paragraf 705 absatz 2 ausdrücklich geregelt dass die gb als solche rechtsfähig ist in zukunft wird das also alles geregelt sein jetzt leitet man das aus einer analogie zu 124 128 hgb her ja in analoge anwendung des 128 da brauchen wir zunächst einmal eine gesellschaft eine rechtsfähige personengesellschaft den nur dann keines hier eine gesellschaftsverbindlichkeit geben und hier haben wir eben keine ohg weil es nur ein kleingewerbliches unternehmen ist sondern wir haben eine gb r im sinne der 705 folgende bgb ja also keine ohg kg sondern eine gb r aber wie ich gerade schon gesagt habe die gb r ist nach dieser entscheidung des bgh weißes ross von 2001 analog pf 124 hgb als solche rechtsfähig und kann dementsprechend auch inhaberin von forderungen aber auch schuldnerin von verbindlichkeiten sein dementsprechend also diese voraussetzung bestehen einer rechtsfähigen personengesellschaft die schuldnerin sein kann erfüllt und ebenfalls in dieser entscheidung von 2001 hat der bgh entschieden dass die gesellschaft auch der gb r analog 128 hgb für die verbindlichkeiten der gesellschaft hat persönlich und unbeschränkt mit ihrem privatvermögen ja dann müsste eine verbindlichkeit der gb r bestehen und unmittelbar aus dem vertrag lässt sich auch eine verbindlichkeit der gb r nicht herleiten die gab es ja im zeitpunkt des abschlusses des kaufvertrages durch den k noch gar nicht im gegenteil der k ist im eigenen namen aufgetreten nicht im namen des es nicht im namen einer gb r die es noch gar nicht gab dementsprechend also keine haftung unmittelbar aus dem kaufvertrag ja wie könnte sich jetzt aber eine haftung der gb r für diese kaufpreisverbindlichkeit konstruieren lassen wie könnte man jetzt doch zu einer haftung der gb r für diese kaufpreisverbindlichkeit kommen und dann über den 128 analog auch zu einer haftung des s ja auch welche vorschrift könnte man hier zurückgreifen es ist ein in ein kleingewerbliches unternehmen eingetreten und die dadurch begründete gb r führt das unternehmen fort ja das ist ja an sich die konstellation welches welcher vorschrift ja 28 hgb ja das wäre also eine konstellation die eigentlich unter 28 hgb fallen würde aber welches merkmal des 28 welche voraussetzung passt nicht auf unseren fall wird jemand als persönlich haftender gesellschafter ist unser fall der es wird persönlich haftender gesellschafter der gb r in das geschäft eines einzelkaufmanns ein diese voraussetzung fehlt nur wir haben kein kaufmännisches unternehmen sondern wir haben ein kleingewerbliches und damit mangels handelsregister eintragung nicht kaufmännisches unternehmen und dementsprechend ist hier ja auch keine ohrg oder kg sondern es ist eine gb r entstanden die frage ist nun kann man den 28 analog auf die gb r anwenden ja das ist eine umstrittene frage entsprechende anwendung des 28 hgb auf den fall dass durch eintritt in ein nicht kaufmännisches unternehmen eine gb r begründet wird ja das ist umstritten im schriftung gibt es stimmen wie immer unter anderem von karsten schmidt der sagt auch auf diese konstellation eintritt in ein nicht kaufmännisches unternehmen gründung einer gb r soll der 28 entsprechend anwendbar sein dass also ja teil dieses gesamtkonzept von karsten schmidt das handelsrecht ist das privatrecht der unternehmen und dementsprechend sind die handelsrechtlichen vorschriften im grundsatz auf unternehmen aller art anwendbar die ganz überwiegende auffassung lehnt das aber ab erstens wort laut des 28 zweitens im jahr 1998 gab es eine umfassende reform des handelsrechts unter anderem eine neuregelung des kaufmanns begriffs und im zuge dieser reform hat der gesetzgeber davon abgesehen diese erweiterung der vorschriften des hgb auf unternehmen aller art vorzunehmen wie das im schriftung gefordert worden ist das hat der gesetzgeber gerade nicht gemacht und das ist schon eine bewusste entscheidung des gesetzgebers gegen die pauschale anwendung der hgb vorschriften auf nicht kaufmännische unternehmen und daraus leitet die ganz überwiegende auffassung her dass der 28 beim wort zu nehmen ist das heißt also auf nicht kaufmännische unternehmen auf die gründung einer gb r ist der 28 nicht und auch nicht entsprechend anwendbar so die überwiegende auffassung ja das also die frage die hier im mittelpunkt steht entsprechende anwendung auf den eintritt in ein nicht kaufmännisches unternehmen und die gründung einer gb r die ganz überwiegende auffassung lehnt das ab der bgh hat das nicht generell entschieden der bgh hat in dieser entscheidung die ich ihnen auch in olaz eingestellt habe zu entscheiden gehabt wie ist das wenn eine anwaltskanzlei zunächst einmal von einem einzelanwalt geführt wird und in dieser anwaltskanzlei tritt ein weiterer anwalt ein dadurch entsteht eine gb r und da stellte sich ebenfalls die frage ist der 28 entsprechend anwendbar ja auch dieser konstellation haben wir ein nicht kaufmännisches unternehmen freiberufliche unternehmen sind keine kaufmännischen unternehmen noch nicht mal gewerbliche unternehmen und es entsteht dann durch die gründung dieser sozietät also durch das einbringen der bisher durch einen einzelanwalt geführten kanzlei in eine gb r dadurch entsteht eben eine gesellschaft bürgerlichen rechts und in dieser konstellation war dann ebenfalls die frage ist der 28 entsprechend anwendbar der bgh das in dieser entscheidung nicht allgemein entschieden sondern er hat auf die sonderheit verwiesen dass das anwaltliche der anwaltliche dienstvertrag immer eine sehr persönliche komponente hat man erwartet bei einem anwaltlichen dienstvertrag das steht auch explizit dann so in den 611 folgende eine persönliche dienstleistung setzt ein persönliches vertrauensverhältnis voraus deswegen eben dieses besondere kündigungsverhältnis das besondere kündigungsrecht nach 627 bgb ist es meine ich bei solchen diensten persönlicher art da kommt es also ganz entscheidend auf das persönliche vertrauensverhältnis an und der bgh hat gesagt mit dieser eigenart des anwaltlichen dienstvertrags wäre es nicht vereinbar wenn man plötzlich in einen weiteren schuldnahmen hinzunehmen würde sondern es kann immer nur der anwalt persönlich haften das hat der bgh da jetzt weniger durch allgemeine erwägungen so zur analogen anwendbarkeit des 28 hergeleitet sondern eben hergeleitet aus dieser besonderen eigenart des anwaltlichen dienstvertrages der eben durch dieses persönliche vertrauensverhältnis gekennzeichnet ist und damit wäre es nicht vereinbar wenn man die haftung die verbindlichkeit plötzlich überleiten würde auf ein anderes rechtssobjekt nämlich die ebr und damit zugleich auch den weiteren anwalt den der mandant möglicherweise gar nicht kannte die überwiegende auffassung lehnt aber die analoge anwendung des 28 generell auf nicht kaufmännische unternehmen ab der bgh hat das wie gesagt noch nicht allgemein entschieden sondern nur für diese spezielle konstellation die überwiegende auffassung sagt aber dass auch ganz allgemein der 28 nicht auf kleingewerbliche unternehmen oder nicht kaufmännische unternehmen angewandt werden kann wenn man der überwiegende ein weiteres argument der herrschende meinung das fällt jetzt aber weg muss man sagen wenn sie an den paragrafen 28 absatz 2 denken ja der 28 2 ermöglicht es ja eine abweichende vereinbarung in das handelsregister eintragen zu lassen und damit sie auch gegenüber dritten wirksam zu machen ja gibt es diese möglichkeit überhaupt bei der gb r kann man bei der gb r irgendwas in das handels- oder sonstiges register eintragen lassen nach aktuellem recht nein ganz genau es gibt für die gb r kein noch kein gesellschaftsregister das wird erst zum 1.1.2024 eingeführt dann gibt es also für die gb ein gesellschaftsregister und dann entfällt dieses argument aber alle anderen argumente der herrschenden meinung bleiben bestehen ja also bislang sagt die herrschende meinung bei der gb r gibt es doch gar nicht die möglichkeit über den 28 2 durch eintragung in eine register zum haftungsausschuss zu kommen und auch das wird als argument gegen die entsprechende anwendung angeführt das aber nur ein ergänzendes argument das zentrale argument ist meines erachtens eben der wort laut und dann eben der umstand dass der gesetzgeber obwohl er die möglichkeit dazu hatte den 28 und andere vorschriften gerade nicht auf nicht kaufmännische unternehmen erweitert hat deswegen bleibt es also bei dieser entscheidung des gesetzgebers keine anwendung auf nicht kaufmännische unternehmen in zukunft gibt es auch ein gb r register das heißt also dieses zusätzliche argument entfällt dann ab dem 1.1.2024 das hat man also meines erachtens überflüssigerweise eingeführt ein gesellschaftsregister für die gb r das war gerade der charme der gb r dass man da nicht mit irgendwelchen register angelegenheiten sich beschäftigen musste sondern wirklich völlige formfreiheit hatte bei der gründ bei der beim abschluss des vertrages dann aber eben auch was eintragung in ein register anbelangt das war eben bei der gb r gerade nicht erforderlich und jetzt hat man da so einen komischen mittelbaren zwang eingeführt wenn die gb r in andere register eingetragen werden möchte zum beispiel ins grundbuch dann muss sie sich in ein gesellschaftsregister vorher eintragen lassen eine ganz komische regelung das heißt also wenn die gb r ein grundstück erwerben möchte muss sie sich zunächst mal als gesellschaftsregister eintragen lassen und erst dann kann sie sich ins grundbuch eintragen lassen also ein mittelbarer zwang zur eintragung in ein gesellschaftsregister das war dann so die kompromiss formel die man da gefunden hat das meine sich keine glückliche lösung wie man auch insgesamt im mopeg also diesen gesetz zur modernisierung des personengesellschaftsrecht hier länger mal hinein schaut desto mehr unstimmigkeiten findet man man hat er etliche vorschriften doppelt einmal im bgb dann im hgb gleichlauten noch mal was das soll habe ich auch ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden so wenn wir also der überwiegenden auffassung folgen dann kommen wir hier zum ergebnis dass wir keine haftung der gb r nach und nach 28 haben deswegen haben wir keine gesellschaftsverbindlichkeit und wo wir keine gesellschaftsverbindlichkeit haben gibt es auch keine haftung nach 128 ja das wäre also sozusagen die verschachtelte prüfung die sie hier anstellen müssen hier war nur gefragt nach der haftung des es das heißt sie würden dann im rahmen des 108 und sie würden einsteigen mit 128 analog dann incident prüfen gibt es eine gesellschaftsverbindlichkeit da müssen sie dann wiederum incident prüfen haftet die gb r aus 28 das ist wie wir gesehen haben nach herrschender meinung nicht der fall das heißt wir haben keine gesellschaftsverbindlichkeit und damit auch keine haftung nach 128 und damit überhaupt keine haftung des s er haftet nicht unmittelbar ist im kaufvertrag er haftet nicht über 128 hgb analog das heißt also in dieser abwandlung haftet nur der eigentliche vertragspartner der k ja hier bekommt also die a keinen zusätzlichen schulden so dann noch eine zweite eine letzte abwandlung zu fall 10 abweichend von fall 10 ist es nicht bei k angestellt neben dem umzugsunternehmen des k besteht ein weiteres umzugsunternehmen das von der aus s und dem mitgesellschafter max mau m bestehenden sauber und co transporte ohrg betrieben wird k tritt gegen zahlung einer einlage von 50.000 euro als kommanditist in die gesellschaft ein und überträgt sein umzugsunternehmen auf diese die gesellschaft führt das unternehmen unter der firma sauber und co transporte kg fort kann a von s die zahlung von 30.000 euro verlangen ja hier haben wir also die konstellation wir haben auf der einen seite den k der als einzelunternehmer das umzugsunternehmen betreibt wir haben auf der anderen seite eine ohrg eine schon bestehende ohrg die ebenfalls ein umzugsunternehmen betreibt und in diese ohrg bringt der k nun sein unternehmen ein ja und nun ist die frage kann die a wiederum von s die zahlung der 30.000 euro verlangen die 30.000 euro sind ja noch durch den oder das ist eine verbindlichkeit des k aus seiner tätigkeit als einzelunternehmer mit seinem früher betriebenen einzelunternehmen dieses einzelunternehmen hat er jetzt aber in die schon bestehende ohrg eingebracht ja das ist also kein fall wie in der 28 11 unmittelbar regelt im fall des 28 11 entsteht ja die personengesellschaft erst durch den beitritt des anderen des der zweiten person in unserem fall haben wir dagegen die situation dass schon eine ohrg bestanden hat und in die bestehende ohrg dieses unternehmen eingebracht wird ja und sie können sich denken auch hier stellt sich wieder die frage ist der 28 entsprechend anwendbar ja auch hier würden wir müssen wir zunächst einmal feststellen der es war nicht vertragspartner dieses kaufvertrags mit der a haftet also nicht unmittelbar aus dem kaufvertrag aber er könnte in seiner eigenschaft als persönlich haftender gesellschaft der der jetzt neu entstandenen kg haften über den 161 absatz 228 hgb ja also accessorische gesellschaft der haftung dafür wäre wieder erforderlich das bestehen einer gesellschaftsverbindlichkeit es besteht eine kg die ist eben durch den beitritt des k in die schon bestehende ohrg entstanden mit dem k ist dann ein dritter gesellschaft ein kommunist ist dazu gekommen damit wird die ohrg zur kg jetzt die frage haben wir eine verbindlichkeit der kg und die könnte sich hier wieder nur aus paragraph 28 ergeben denn die kg ist nicht selbst vertragspartnerin man könnte an 25 hgb denken aber es findet hier keine firmenfortführung statt es wird also die firma des früheren einzelunternehmens des k gerade nicht fortgeführt von der kg sondern sie hat eine andere firma über den 25 kommen wir also nicht zu einer haftung der kg auch nicht unmittelbar aus dem kaufvertrag sondern wir könnten hier allenfalls über den 28 hgb zu einer haftung der kg kommen unmittelbar anwendbar ist der 28 hgb aber nicht denn der 28 setzt ja voraus dass mit dem beitritt der anderen person erst die personen handelsgesellschaft entsteht hier in unserem fall bestand aber schon eine ohrg eine personen handelsgesellschaft und in diese bestehende gesellschaft ist das unternehmen eingebracht worden das ist eine andere konstellation als die von der 28 spricht die frage ist nun kann man den 28 auf die hier vorliegende konstellation einbringung eines unternehmens in eine schon bestehende personen handelsgesellschaft entsprechend anwenden ja was würden sie sagen entsprechende anwendung des 28 auf die hier vorliegende konstellation ja wir haben ein einzelkaufmanagement unternehmen aber wir haben eben nicht diese voraussetzung dass durch durch den eintritt des einzelkaufmanns in oder eine andere person in das einzelkaufmännische unternehmen eine personen handelsgesellschaft entsteht sondern die hat schon bestand ja ja würden sie auf diese konstellation in 28 entsprechend anwenden gibt es eine regelungslücke ja ja nach dem wort laut passt es nicht nur haben wir denn eine regelungslücke tatsächlich für den fall einbringung eines unternehmens und fortführung dieses unternehmens genau genau ja nur das also das ist nach dem wort schon eindeutig einzelkaufmann und dadurch entsteht die ohrg kage darf also nicht schon vorher bestanden ja ja also teilweise wird gesagt entsprechende anwendung kommt hier in betracht ja wir haben also nicht den fall der unmittelbar von 28 erfasst wird nämlich eintritt und dadurch erst entstehung der gesellschaft eintrittenden einzelkaufmännischen unternehmen sondern hier hat schon eine ohrg bestanden und teilweise wird gesagt das macht doch keinen unterschied ob durch den eintritt die ohrg kg sn steht oder ob sie vorher schon entstanden bestanden hat beides muss wertungsmäßig gleich behandelt werden also im schrifttum wird von einigen die auffassung vertreten der 28 sei entsprechend auch auf diese konstellation wie wir sie hier haben anwendbar ja was könnte aber dagegen sprechen voraussetzung für eine analogie ist ja immer eine regelungslücke und haben wir tatsächlich eine regelungslücke ein unternehmen wird eingebracht und fortgeführt haben wir da tatsächlich eine regelungslücke ja also kann man durchaus so vertreten das wird im schrifttum auch verbreitet zu vertreten also da ist es nicht nur karsten schmidt da sind auch andere die das so sehen ja ja ganz genau also so sieht es eben auch die herrschende meinung wie sagt diese konstellation ist doch in 25 erfasst und die setzt eben die firmenfortführung voraus das heißt wir haben gar keine regelungslücke der gesetzgeber hat die konstellation dass ein unternehmen eingebracht und fortgeführt wird in 25 geregelt da ist eben die firmenfortführung vorausgesetzt und nur für die konstellation dass etwas in ein einzel kaufmännisches unternehmen dass jemand in ein einzel kaufmännisches unternehmen einsteigt und dadurch eine oa g k g n steht nur für diese konstellation gibt es den 28 der eben auch die ergänzung von 130 173 ist und diese auffassung sagt also die konstellation die wir hier haben die ist in 25 geregelt wenn der 25 mangels firmenfortführung nicht eingreift dann haben wir eben keine haftung das ist vom gesetzgeber aber so bewusst gewollt er hat ja explizit reingeschrieben in 28 einzelkaufmann einzelkaufmännisches unternehmen und weil es eben den 25 gibt sagt die herrschende meinung gibt es hier keine planwidrige regelungslücke sondern das ist eine bewusste entscheidung des gesetzgebers so die überwiegende auffassung und dementsprechend ist der 28 hier nicht entsprechend anwendbar wenn wir dieser überwiegenden auffassung folgen man kann auch die gegen auffassung vertreten dann würden wir hier sagen es gibt keine gesellschaftsverbindlichkeit und wo es keine gesellschaftsverbindlichkeit gibt kann es auch keine accessorische haftung nach 128 hgb geben wenn wir der herrschende meinung folgen würden wir also hier einen anspruch gegen den s verneinen ja man kann es aber durchaus auch anders sehen und dann würden wir zu einer haftung des s kommen ja das also zum paragrafen 28 und damit hätten wir auch diesen themenbereich der unternehmens- und firmenfortführung abgeschlossen und würden uns dann jetzt noch zuwenden dem kaufmännischen stellvertretungsrecht moment da habe ich jetzt glaube ich die falsche folie und ich ihn gerade mal die richtige folie auflegen so das ist die richtige folie so dann würden wir uns jetzt im folgenden teil noch beschäftigen mit dem stellvertretungsrecht des hgb und hier zunächst einmal mit der procura die procura ist eine besondere form einer rechtsgeschäftlichen vertretungsmacht also einer vollmacht ja paragraf 166 absatz 2 satz 1 bgb sagt ja eine durch rechtsgeschäft erteilte vertretungsmacht ist eine vollmacht und die procura ist eine besondere kaufmännische vollmacht also eine rechtsgeschäftliche vertretungsmacht aber mit gesetzlich festgelegt im inhalt das ist also das wesen die entscheidende eigenart der prokurat auch wenn wir eine gesetzliche regeln oder prokurat haben ist es gleichwohl keine gesetzliche vertretungsmacht sondern es ist eine rechtsgeschäftliche vertretungsmacht das ergibt sich aus dem paragrafen 48 absatz 1 hgb die prokurat kann nur von dem inhaber des handelsgeschäfts oder seinem gesetzlichen vertrete und nur mittels ausdrücklicher erklärung erteilt werden mittels erklärung erteilt werden das heißt die procura beruht auf einer willenserklärung ist also eine rechtsgeschäftliche und keine gesetzliche vertretungsmacht aber sie hat einen gesetzlich vorgegebenen umfang ja das ist also die besonderheit der procura keine gesetzliche vertretungsmacht sondern eine rechtsgeschäftliche nur eben mit einem gesetzlich festgelegten umfang der umfang der procura ist dann in den paragrafen 49 50 näher festgelegt dazu kommen wir dann gleich noch näher und die procura sagt 48 absatz 1 kann nur von dem inhaber des handelsgeschäfts also nur von einem kaufmann erteilt werden das heißt das ist eine vollmacht die spezifisch beschränkt ist auf kaufleute nur kaufleute können eine procura erteilen man verwendet im alltäglichen sprachgebrauch oft die bezeichnung prokurist als so eine art berufsbezeichnung tatsächlich ist aber prokurist derjenige dem procura erteilt worden ist nicht mehr und nicht weniger das ist kein beruf sondern das ist eben die stellung die ein bestimmter angestellter in einem unternehmen durch erteilung einer procura erlangen kann prokurist ist also derjenige dem procura erteilt worden ist und das ist keine berufsbezeichnung sondern bezeichnet eben nur dass diese person mit einer besonderen besonders umfassenden vollmacht ausgestattet ist paragraf 51 sagt der prokurist hat in der weise zu zeichnen dass er der firma seinen namen mit einem die procura andeutenden zusatze beifügt in der praxis ist üblich die abkürzung ppa das bedeutet per procura das verwendet man also üblicherweise im rechtsverkehr um deutlich zu machen dass man auf grundlage einer procura handelt diese regelung des 51 ist aber eine bloße ordnungsvorschrift keine wirksamkeitsvoraussetzung das heißt also wir haben auch dann eine wirksame vertretung durch einen prokuristen wenn dieser zusatz der von paragraf 51 verlangt wird nicht verwendet wird das ist also wie gesagt keine wirksamkeitsvoraussetzung eine bloße ordnungsvorschrift ja die procura ist eine besondere kaufmännische vollmacht eine besondere kaufmännische vertretungsmacht soweit aber die paragrafen 48 folgende keine sondervorschriften enthalten sind ergänzend subsidiär die paragrafen 164 folgende bgb anwendbar das folgt wieder aus artikel 2 eghgb der sagt auf die kaufleute finden die vorschriften des bgb anwendung soweit nicht im hgb sondervorschriften enthalten sind und das gleiche gilt eben auch für das recht der procura vorrangig sind die 48 folgende anzuwenden soweit aber darin keine sondervorschriften enthalten sind vom die allgemeinen vorschriften 164 folgende bgb ergänzend zu anwenden das wird sich dann auch wir anhand des falles noch sehen werden auf die prüfung aus bei der prüfung einer prokura da würden sie im zweifel immer mit dem 164 absatz 1 als 1 bgb einsteigen und die frage aufwerfen liegt hier eine wirksame stellvertretung vor und im rahmen der vertretungsmacht würden sie dann eben die prokura und gegebenenfalls die grenzen der prokura prüfen das heißt also diese prokura prüfung ist in der regel eingebettet in die allgemeine prüfung der stellvertretung nach 164 bgb also auch da sieht man sehr schön diese verzahnung zwischen dem hgb und dem bgb ja erteilen da einer prokura kann nur ein kaufmann sein es ergibt sich klar aus dem wortleut des 48 hgb kann nur von dem inhaber des handelsgeschäfts erteilt werden das heißt also nur von einem kaufmännischen von dem inhaber eines kaufmännischen unternehmens kann die prokura erteilt werden nicht kaufleute können dementsprechend keine prokura erteilen wenn er nicht kaufmann eine prokura erteilt dann kann man das unter umständen umdeuten in eine umfassende vollmacht mit dem inhalt einer prokura aber es ist keine echte prokura im sinne der 48 folgende die kann nur von dem inhaber eines kaufmännischen unternehmens erteilt werden das heißt entweder es muss sich um einen einzelkaufmann handeln der entweder nach paragraf 1 ist kaufmann ist oder aber kraft eintragung nach paragrafen 2 3 kann kaufmann oder aber paragraf 6 absatz 1 eine personen handelsgesellschaft eine ohrg kg das heißt also eine gesellschaft die ein kaufmännisches unternehmen betreibt das ist ebenfalls möglich also auch die ohrg kg kann eine prokura erteilen oder natürlich die form kaufleute im sinne des paragrafen 6 absatz 2 das sind insbesondere die gmbh die aktiengesellschaft soziales europäer die eingetragene genossenschaft die sind kraft ihrer rechts von kaufleute und auch die können eine prokura erteilen werden dann natürlich vertreten durch ihre vertretungsorgane also die gmbh durch den geschäftsführer die ag durch den vorschlag darüber hinaus kann die prokura nur von dem inhaber und das bedeutet nur von dem inhaber persönlich erteilt werden das heißt also es kann nicht ein rechtsgeschäft vertreter des inhabers die prokura erteilen sondern das ist ein sogenanntes prinzipal geschäft ein geschäft also dass das gesetz dem inhaber persönlich vorbehält und das also nicht auf rechtsgeschäftliche vertreter sozusagen ausgelagert übertragen werden kann bei den personen handelsgesellschaften bei den kapitalgesellschaften da handelt natürlich das jeweilige vertretungs organ als gesetzlicher vertreter das ist natürlich zulässig und auch notwendig weil ja die personen handelsgesellschaft und die kapitalgesellschaften als reine rechtsgebilde selbst gar nicht handlungsfähig sind sie müssen sich ja durch ein vertretungsorgan vertreten lassen aber eine rechtsgeschäftliche vertretung bei der erteilen der prokura ist nicht zulässig dass es ein persönliches ein sogenanntes prinzipalgeschäft das kann also wie gesagt nur durch den kaufmann persönlich vorgenommen werden ja wer welche voraussetzungen muss der adressat der prokura erfüllen da die prokura eine höchst persönliche vollmacht ist die ein besonderes vertrauensverhältnis voraussetzt wird ganz überwiegend gesagt dass die prokura nur an natürliche personen erteilt werden kann also nicht an juristische personen es kann nur eine natürliche person prokurist sein und die prokura ist auch nicht übertragbar im paragraf 52 absatz 2 hgb die prokura ist nicht übertragbar weil sie eben sehr weite befugnisse eröffnet das setzt ein persönliches vertrauensverhältnis voraus wie es nur zu einer natürlichen person bestehen kann und hängt natürlich dann auch von dieser natürlichen person ab das heißt also man kann die prokura nicht einfach auf eine beliebige andere person übertragen weil der prokur ist eben nach seinen persönlichen eigenschaften ausgewählt worden ist weil diese vollmacht eben sehr umfassend ist deswegen also keine übertragbarkeit sondern diese prokura wird immer ad persona erteilt und kann nicht auf andere personen dann weiter übertragen werden darüber hinaus ist erforderlich eine personen verschiedenheit das heißt der prokurist der darf nicht identisch mit dem einzelkaufmann sein und darf aber zugleich auch kein vertretungsorgan etwa der personen handelsgesellschaft oder der kapitalgesellschaft sein das heißt also ein vertretungsberechtigter gesellschaft einer org oder kg oder der geschäftsführer einer gmbh die dürften nicht noch zusätzlich mit einer prokur ausgestattet werden sondern das ist auch das wesensmerkmal der prokurat dass es sich um eine vom einzelkaufmann verschiedene personen handelt und bezogen auf personen handels und kapitalgesellschaften bedeutet dass es muss eine von dem vertretungsorgan verschiedene person sein die prokurat kann nach paragraf 48 absatz 2 auch als gesamtprokurat erteilt werden paragraf 48 absatz 2 sagt die erteilung kann an mehrere personen gemeinschaftlich erfolgen als sogenannte gesamtprokurat und das wäre dann eben eine echte gesamtprokurat das bedeutet die personen können nur zusammen die wirksame vertretung vornehmen das ist also vom gesetz ausdrücklich zugelassen daneben gibt es noch dazu kommen wir dann gleich noch eine sogenannte unechte gesamtprokurat das bedeutet der prokurist kann nur zusammen mit einer anderen person üblicherweise einem vertretungsorgan der personen handelsgesellschaft kapitalgesellschaft wirksam vertreten mit der echten gesamtprokurat ist aber eben die konstellation gemeint dass wir zwei natürliche personen haben die beide prokuristen sind aber eben nur zusammen handeln dürfen oder es können auch mehrere personen sein als zwei die dann also nur zusammen wirksam vertreten können die prokurat kann nach 48 absatz 1 nur ausdrücklich erteilt werden das heißt also nicht konkludent ja es muss also ausdrücklich ausgesprochen werden dass prokurat erteilt wird keine konkludente erteilung der prokurat möglich das folgt eben wiederum aus dieser besonderen reichweite der prokurat und im interesse der rechtssicherheit kann man von einer prokurat und der damit verbundenen reichweite der vertretungsmacht nur dort ausgehen wo ausdrücklich eine prokurat erteilt worden ist also erfordernis der ausdrücklichen erteilen die erteilung der prokurat ebenso das erlöschen der prokurat ist in das handelsregister einzutragen paragraf 53 die erteilung der prokurat ist von dem inhaber des handelsgeschäfts zur eintragung in das handelsregister anzumelden und wenn sie als gesamtprokurat erteilt ist so muss auch dies zur eintragung angemeldet werden und das erlöschen paragraf 53 absatz 2 ist in gleicher weise wie die erteilung zur eintragung anzumelden verpflichtung zur eintragung ins handelsregister aber auch das ist keine wirksamkeitsvoraussetzung genauso wenig wie die verwendung dieses zusatzes nach paragraf 51 ppa oder ähnlicher zusatz das ist auch keine wirksamkeitsvoraussetzung auch die eintragung in das handelsregister ist keine wirksamkeitsvoraussetzung sondern das ist eine ordnungsvorschrift die konsequenzen haben kann und deren verletzung konsequenzen haben kann ganz allgemein wenn man die gesetzlich vorgeschriebene eintragung ins handelsregister unterlässt dann kann man nach paragraf 14 hgb mit einem zwangsgeld belegt werden und darüber hinaus kann die nicht eintragung der prokurat oder die nicht eintragung des erlöschens der prokurat die vorschrift des die rechtsfolgen des 15 1 hgb zur folge haben die haben wir schon kennengelernt die negative publizität des handelsregisters paragraf 15 absatz 1 hgb sagt sinngemäß dass umstände eintragungspflichtige umstände die nicht eingetragen sind gegenüber gutgläubigen dritten als nicht existent gelten das heißt gutgläubige dritte müssen sich das nicht entgegenhalten lassen und das wäre dann eine mögliche konsequenz der nicht eintragung der prokurat oder des erlöschens der prokurat dass dieser umstand gegenüber gutgläubigen dritten also die keine kenntnis vom erlöschung zum beispiel der prokurat haben als nicht existent gilt das also eine zivilrechtliche folge der unterlassung der eintragung aber die prokurat als solche ist auch ohne eintragung handelsregister wirksam keine wirksamkeitsvoraussetzung sondern es können sich dann andere rechtsfolgen öffentlich rechtlich zwangsgeld zivilrechtlich eine haftung unter dem gesichtspunkt der negativen publizität des handelsregisters ergeben ja um von der prokurat der umfang der prokurat der ist gesetzlich vorgegeben ja also eine rechtsgeschäftliche vertretungsmacht mit gesetzlich vorgegebenem mindestumfang paragraf 49 sagt die prokurat ermächtigt zu allen arten von gerichtlichen und außergerichtlichen geschäften und rechtshandlungen die der betrieb eines handelsgewerbes und das bedeutet irgendeines handelsgewerbes nicht dieses konkreten nicht dieser branche sondern irgendeines handelsgewerbes mit sich sie sehen also die prokurat ist sehr sehr weit ja also die prokurat umfasst ein geschäft das zu irgendeinem beliebigen handelsgeschäft gehören kann ja damit ist sie extrem weit sie ist nur ganz geringfügig eingeschränkt paragraf 49 absatz 2 zur veräußerung belastung von grundstücken ist der prokurat nur ermächtigt wenn ihm diese befugnis besonders erteilt ist das heißt im umkehrschluss bedeutet dass wenn bei der erteilung der prokurat grundstücks geschäfte nicht ausdrücklich mit einbezogen worden sind dann berechtigt die prokurat nicht zur vornahme der hier genannten grundstücks geschäften ja das also eine gewisse einschränkung im übrigen aber werden von der prokurat alle geschäfte erfasst die irgendein handelsgewerbe mit sich bringen kann damit haben wir einen wichtigen unterschied zur anderen form einer kaufmännischen vertretungsmacht einer kaufmännischen vollmacht der handlungsvollmacht paragrafen 54 folgende die wir im nächsten teil der vorlesung uns genauer anschauen paragraf 54 hgb sagt ist jemand ohne erteilung der prokurat zum betrieb eines handelsgewerbes oder zur vornahme einer bestimmten zu einem handelsgewerbe gehörenden art von geschäften oder zur vornahme einzelner zu einem handelsgewerbe gehörender geschäfte ermächtigt so erstreckt sich die vollmacht handlungsvollmacht auf alle geschäfte und rechtshandlungen die der betrieb eines derartigen handelsgewerbes oder die vornahme derartiger geschäfte gewöhnlich mit sich bringen sie sehen hier haben wir also eine beschränkung auf die jeweilige branche derartiges handelsgewerbe und diese beschränkung haben wir eben bei der prokurat nicht da heißt es eines handelsgewerbes irgendeines handelsgewerbes ja deswegen also die prokurat eine besonders umfassende besonders weitreichende vertretungsmacht in abgrenzung zur handlungsvollmacht die handlungsvollmacht haben wir immer dann wenn ein kaufmann eine vollmacht erteilt die keine prokurat ist prokurat kann ja nur ausdrücklich erteilt werden das heißt also wenn der kaufmann vollmacht erteilt ohne diese ausdrücklich als prokurat zu bezeichnen dann haben wir eine handlungsvollmacht und die ist weniger weitreichend da sind also nur um fast diejenigen geschäfte die zu einem derartigen handelsgeschäft gehören das heißt es müssen müssen branchenübliche beziehungsweise gewöhnliche geschäfte sein wohingegen bei der prokurat sämtliche geschäfte die irgendein handelsgeschäft mit sich bringt erfasst werden ja also auch an der stelle im vergleich zur handlungsvollmacht wird deutlich die prokurat ist eben eine besonders umfassende vertretungsmacht in der kaufmann muss sich gut überlegen eine solche vollmacht zu erteilen das kann nur ausdrücklich erfolgen deswegen auch dieses ausdrücklichkeitserfordernis weil nur dann sichergestellt ist dass der kaufmann sich bewusst ist was er da macht dass er eben eine besonders weitreichende vertretungsmacht erteilt ja im grundsatz sind alle geschäfte umfasst soweit es sich nicht um grundstücksgeschäfte im sinne des 49 2 handelt die der betrieb irgendeines handelsgewerbes mit sich bringt man ist sich aber einig dass also auch wenn das nicht ausdrücklich geregelt ist bestimmte geschäfte nicht vom prokuristen vorgenommen werden dürfen zunächst einmal schon haben wir haben wir schon gesehen der 49 absatz 2 nicht umfasst ist grundsätzlich die veräußerung oder belastung von grundstücken grundstücksgeschäfte werden also wenn das nicht besonders festgelegt worden ist wenn also der kaufmann bei der erteilung der prokurat nicht ausdrücklich und stücksgeschäfte mit einbezogen hat dann werden grundstücksgeschäfte nicht von der prokurat erfasst 49 absatz 2 ebenso wenig werden erfasst private geschäfte des kaufmanns die prokurat ist ja eine vollmacht die von dem inhaber des handelsgeschäfts erteilt wird und umfasst geschäfte die ein handelsgewerbe mit sich bringt und damit sind ausgeschlossen schon nach dem wort des 49 eins private geschäfte die also nicht zum handelsgeschäft die nicht zum handelsgewerbe gehören sondern die in den privaten bereich des kaufmanns gehören solche geschäfte darf der prokurist also nicht vornehmen ebenso wenig betriebsfremde geschäfte die nicht der fortführung des unternehmens dienen nicht der fortführung des handelsgewerbes dienen sondern auf die einstellung oder veräußerung des handelsgewerbes gerichtet sind solche geschäfte dürfen ebenfalls nicht vorgenommen werden die prokurat dient ja dazu das handelsgewerbe fortzuführen und eben gerade nicht dazu das handelsgewerbe zu beenden abzuwickeln zu veräußern das heißt also solche sogenannten betriebsfremden geschäfte wie insbesondere die einstellung oder veräußerung des unternehmens die werden von der prokurat ebenfalls nicht erfasst ebenfalls ausgenommen sind die sogenannten prinzipal geschäfte die schon diesen begriff habe ich eben schon erwähnt erteilung der prokurat zum beispiel die erteilung der prokurat ist nach paragraf 48 dem kaufmann vorbehalten das ist eben ein sogenanntes prinzipal geschäft das darf nur der inhaber des kaufmännischen unternehmens selbst vornehmen und es darf dementsprechend seitens des prokuristen nicht eine unterprokurat erteilt werden sondern prokurat kann nur durch den kaufmann persönlich erteilt werden also die prokurat erfasst nicht die befugnis zur erteilung einer weiteren einer unterprokurat auch dass es als sogenanntes prinzipal geschäft ausgenommen oder etwa auch die unterzeichnung des jahres abschlusses paragraf 245 hgb sagt also der kaufmann nach 238 folgende ist der kaufmann buchführungs- und bilanzierungspflichtig der kaufmann muss einen jahresabschluss bestehend aus bilanzgewinn und verlustrechnung aufstellen das ist also die kaufmännische buchführung das können sie wenn sie das interessiert immer am dienstag um 14 15 meine vorlesung bilanzrecht besuchen da erfahren sie da einzelheiten und paragraf 245 hgb sagt der jahresabschluss ist vom kaufmann unter angabe des datums zu unterzeichnen oder mehrere persönliche gesellschaften müssen unterzeichnen das muss also vom kaufmann persönlich vorgenommen werden auch das ist also ein prinzipal geschäft auch der jahresabschluss darf also nicht von prokuristen unterzeichnet werden sondern das muss der kaufmann persönlich machen und schließlich auch grund sogenannte grundlagen geschäfte diesen begriff kennen sie womöglich schon aus dem gesellschaftsrecht da ist die vornahme von grundlagen geschäften ebenfalls nicht von der vertretungsmacht der geschäftsführung vertretungsberechtigten gesellschaft einer personengesellschaft umfasst sondern das können nur alle gesellschaften einvernehmlich machen etwa die änderung der rechtsform ja das bisher einzelkaufmännische unternehmen soll in eine gmbh umgewandelt werden oder von einer ohrg in eine gmbh umgewandelt werden änderung der rechtsform das wäre ein grundlagengeschäft das darf der prokurist nicht vornehmen dass es dem kaufmann selbst vorbehalten oder der personenhandelsgesellschaft je nachdem oder ganz allgemein die rechtliche ausgestaltung des unternehmens die existenz des unternehmens etwa die auflösung und liquidation des unternehmens das sind alles grundlagengeschäfte dazu ist der prokurist nicht berechtigt sondern solche entscheidungen sind dem kaufmann selbst beziehungsweise der personenhandelsgesellschaft oder der gmbh das heißt also den gesellschaftlern jeweils vorbereiten ja gleichwohl bleibt 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 es bei der prokurat eben bei einem sehr sehr weitreichenden umfang paragraf 49 absatz 1 alle geschäfte die irgendein handelsgewerbe mit sich bringt und zwar nicht gewöhnlich mit sich bringt sondern es werden eben auch außergewöhnliche geschäfte erfasst es bleibt also ungeachtet dieser einschränkungen bei einem doch sehr weiten umfang der prokurat paragraf 50 ergänzt dass eine beschränkung des umfangs der prokurat dritten gegenüber unwirksam ist das heißt also dieser gesetzlich vorgegebene mindestumfang kann nicht mit wirkung gegenüber dritte im innenverhältnis sozusagen eingeschränkt werden ja das kann man intern vereinbaren und bei zuwiderhandlung macht sich der prokurist unter umständen schadensersatzpflichtig 281 bgb aus dem zugrunde liegenden anstellungsdienstverhältnis aber solche beschränkungen haben im außenverhältnis keine wirkung das sagt paragraf 50 absatz 1 im interesse eben der rechtssicherheit im handelsverkehr haben wir ein besonderes interesse an rechtssicherheit wenn prokurat erteilt worden ist dann muss der rechtsverkehr darauf vertrauen dürfen dass diese umfassend ist mit ausnahme der genannten geschäfte grundlagengeschäfte prinzipal geschäfte aber eben alle geschäfte die ein handelsgewerbe mit sich bringt umfasst beschränkungen des umfangs der prokurat sind nach 50 absatz 1 dritten gegenüber unwirksam 50 absatz 2 stellt noch klar dies gilt insbesondere von der beschränkung dass die prokurat nur für gewisse geschäfte oder gewisse arten von geschäften oder nur unter gewissen umständen oder für eine gewisse zeit oder an einzelnen orten ausgeübt werden soll all diese beschränkungen sind im verhältnis zu dritten unwirksam sie können im innenverhältnis relevanz haben etwa in gestalt einer schadensersatz haftung des prokuristen bei zuwiderhandlung aber im außenverhältnis wirken sie nicht das einzige was man machen kann mit wirkung nach außen ist eine sogenannte filialprokurat paragraf 50 absatz 3 eine beschränkung der prokurat auf den betrieb einer von mehreren niederlassungen des geschäftsinhabers ist dritten gegenüber nur wirksam wenn die niederlassungen unter verschiedenen firmen betrieben werden eine verschiedenheit der firmen im sinne dieser vorschrift wird auch dadurch begründet dass für eine zweig niederlassung der firma ein zusatz beigefügt wird der sie als firma der zweig niederlassung bezeichnet ja also nach maßgabe des 50 3 kann man eine filialprokurat erteilen die dann eben nur zum betrieb einer von mehreren niederlassungen einer filiale also berechtigt dass es eine beschränkung die gegenüber dritten wirksam ist unter der voraussetzung dass die unterschiedlichen filialen auch unter verschiedenen firmen betrieben werden alle anderen beschränkungen sind im außenverhältnis unbeachtlich ja aber unter welcher voraussetzung können solche beschränkungen ausnahmsweise beachtlich sein ja auch das würde nicht helfen also das kann man nicht ins handelsregister eintragen lassen auch das würde nicht helfen wir haben ja im grundsatz nur negative publizität des handelsregisters dementsprechend würde das nicht helfen es wäre auch wohl eine unzulässige eintragung das ergibt sich aus den 50 1 beschränkungen dürfen eben nicht gemacht werden ja bei positiver kenntnis ja welches rechtsinstitut wäre da angesprochen aus ja also im zusammenhang mit der vertretungsmacht was wäre das dann wenn jemand genau weiß dass jemand seine internen beschränkungen überschreitet kennen sie schon aus bgb at welchen oberbegriff verwendet man da wir haben interne beschränkungen der vertretungsmacht nach außen ist sie unbeschränkt wie etwa hier die prokura aber im innenverhältnis gibt es beschränkungen die wirken nach außen im grundsatz nicht außer wann muss man ja das wäre die konsequenz ja dann wäre eben keine vertretungsmacht begeben kollusion ja nur oder ganz allgemein missbrauch der vertretungsmacht ja das wären tatsächlich dann fälle in denen auch bei der kurra ausnahmsweise dann doch mal interne beschränkungen nach außen durchschlagen nach den allgemeinen regeln über den missbrauch der vertretungsmacht das wäre zum einen der fall der kollusion das heißt beide wirken einvernehmlich vorsätzlich zusammen um den kaufmann zu schädigen sie wissen beide ganz genau der gibt es interne beschränkungen aber sie schließen diesen vertrag gewissermaßen zur schädigung des kaufmanns ab das würde dann zur nichtigkeit des vertrags nach 138 1 führen so der bgh denn das ist eine ein sittenwidriges rechtsgeschäft ist also nur dazu dient bewusst einen anderen zu schädigen in anderen fällen wo wir nicht dieses kollusive zusammenwirken haben aber der andere teil der vertragspartner zumindest ja deutlich erkennen muss oder aber sogar weiß dass die internen beschränkungen überschritten werden da hätten wir einen fall des missbrauchs der vertretungsmacht im engeren sinne und in dieser konstellation könnte sich dann der vertragspartner nach paragraf 242 bgb nach treu und glauben nicht auf diese unbeschränkte vertretungsmacht nach außen berufen sondern müsste sich dann diese interne beschränkung entgegenhalten lassen ja das wäre die konsequenz des missbrauchs der vertretungsmacht im engeren sinne und diese allgemeinen regeln über den missbrauch der vertretungsmacht kollusion mit der folge der nichtigkeit des betreffenden rechtsgeschäfts nach 138 1 oder aber evidenz der überschreitung der internen grenzen nach außen für die dritten das führt dann zum rechtsmissbrauchseinwand nach 242 bgb das wären also die fälle in denen diese internen beschränkungen ausnahmsweise mal nach außen durchschlagen im übrigen aber nach 50 absatz 1 agb keine wirkung interne beschränkungen nach außen ja wir hatten schon angesprochen die echte gesamtprokurat die an mehrere natürliche personen in der weise erteilt wird dass nur mehrere zusammenwirken können nur mehrere zusammen wirksam vertreten können daneben gibt es noch die unechte gesamtprokurat das bedeutet der prokurist kann nur zusammen mit einem mitglied des vertretungs organs der betreffenden personen oder kapitalgesellschaft vertreten diese unechte gesamtprokurat kann aber nicht in der weise erteilt werden dass der prokurist immer mit dem einzelkaufmann wenn wir ein einzelkauf management unternehmen haben nur mit dem einzelkaufmann zusammen wirksam vertreten kann das sagt die einhellige auffassung das wäre mit dem wesen der prokurat nicht vereinbar wenn man immer nur zusammen mit dem kaufmann agieren kann dann kann der kaufmann die geschäfte ja gleich selbst vornehmen und das wesen der prokurat besteht ja gerade darin dass der prokurist im prinzip alle geschäfte die auch der kaufmann vornehmen darf mit wirkung führend gegen diesen allein vornehmen kann damit wäre es nicht vereinbar wenn man die vertretungsmacht des prokuristen an die mitwirkung des einzelkaufmanns in allen fällen koppeln würde das also nicht zulässig zulässig ist es aber wenn wir eine personenhandelsgesellschaft oder eine kapitalgesellschaft haben dass der prokurist nur zusammen mit einem organschaftlichen vertreter die gesellschaft vertreten darf unzulässig wiederum wäre es wenn immer alle organschaftlichen vertreter zusammen mit dem prokuristen mitwirken müssen das würde auf das gleiche hinauslaufen wie die zwingende mitwirkung des einzelkaufmanns dann könnte der prokurist ja gar nicht mehr alleine tätig werden das wäre also unzulässig also unechte gesamtprokurat letztendlich nur zulässig wenn der prokurist nur zusammen mit einzelnen von mehreren vertretungsorganen einer personenhandelsgesellschaft oder einer kapitalgesellschaft tätig werden darf das wäre eine zulässige unechte gesamtprokurat unzulässig dem gegenüber wenn er nur zusammen mit dem einzelkaufmann oder nur zusammen mit allen vertretungsorganen der betreffenden personen oder kapitalgesellschaft handeln darf ja wie sieht das mit dem erlöschen der prokurat aus eine befristung der prokurat das sagt paragraf 50 absatz 2 ist unwirksam sie kann also mit wirkung nach außen nicht befristet werden weil die prokurat aber ebenso weit reichen und damit auch für den kaufmann so gefährlich ist kann er sie jederzeit wieder rufen in paragraf 52 hgb die prokurat ist ohne rücksicht auf das der erteilung zugrunde liegende rechtsverhältnis jederzeit widerruflich unbeschadetes anspruchs auf die vertragsmäßige vergütung selbst wenn der zugrunde liegende dienstvertrag anstellungsvertrag noch fortdauern sollte kann gleichwohl die prokurat jederzeit wieder rufen werden darüber hinaus erlischt die prokurat nach paragraf 52 absatz 2 durch den tod des prokuristen das folgt eben aus dieser bestimmung dass die prokurat nicht übertragbar ist und zwar weder unterlebenden noch von todes wegen sie geht also nicht auf den erben oder die erben des prokuristen über sondern mit dem tod des prokuristen erlischt die prokurat dann kommt zur anwendung gewissermaßen lückenfüllend die allgemeine vorschrift des bgb paragraf 168 satz 1 bgb der sagt dass die vollmacht im zweifel erlischt mit dem ende des zugrunde liegenden rechtsverhältnisses das heißt also wenn der anstellungsvertrag arbeitsvertrag mit dem prokuristen endet dann endet im zweifel auch die prokurat umgekehrt gilt das nicht das sagt ja ausdrücklich 52 also der widerruf der prokurat führt nicht automatisch auch zur beendigung des zugrunde liegenden rechtsverhältnisses etwa arbeitsverhältnisses aber wenn die prokurat wenn das arbeitsverhältnis endet dann endet im zweifel eben nach 168 satz 1 bgb auch die prokurat ja weil die prokurat eine spezifisch kaufmännische vollmacht ist und nur von einem kaufmann erteilt werden kann erlischt sie auch wenn der die kaufmannseigenschaft wegfällt oder das unternehmen sogar ganz beendet wird das führt ebenfalls zum erlöschen der prokurat weil die prokurat eben zwingend das bestehen eines kaufmännischen unternehmens voraussetzt nach 52 absatz 3 ist dagegen der tod des kaufmanns der tod des inhabers des handelsgeschäfts oder entsprechend anzuwenden die liquidation der gesellschaft die das unternehmen trägt kein erlöschungstatbestand sondern die prokurat wirkt dann für und gegen den nach den rechtsnachfolger etwa den erben des kaufmanns beziehungsweise wenn es eine rechtsnachfolge bei der unternehmenstragenden gesellschaft gibt dann würde die prokurat auch gegen die rechtsnachfolgerin der gesellschaft weiter wirken auch das erlöschen der prokurat muss wie wir eben schon gesehen haben nach 53 2 in das handelsregister eingetragen werden wiederum ist die handelsregister eintragung nicht konstitutiv keine wirksamkeitsvoraussetzung für das erlöschen oder für den widerruf zum beispiel aber wir haben dann wieder die möglichkeit einer haftung nach 15 1 hgb auf der grundlage der negativen publizität des handelsregisters wenn das erlöschen der prokurat nicht eingetragen wird dann muss ich ein gutgläubiger dritter das erlöschen nicht entgegenhalten lassen kann sich also auf das fortbestehen der prokurat berufen dass also die größte gefahr in den fällen dass man es versäumt das erlöschen der prokurat eintragen zu lassen die negative publizität des handelsregisters würde dann eingreifen ja dazu noch den fall 13 den wir aber jetzt heute nicht mehr besprechen können da betreibt die l eine exklusive hotelkette und bei ihr ist der unter anderem der k angestellt als hoteldirektor der hat für dieses hotel für ein bestimmtes hotel prokurat erteilt und erteilt nun den auftrag zu umfassenden renovierungsarbeiten des frühstücks raumes ohne dass er vorher den geschäftsführer der gmbh gefragt hat der ist nachträglich damit nicht einverstanden und jetzt stellt sich die frage muss der muss die lgmbh diese auftrags erteilung an den an den ingenieur i gegen sich gelten lassen das ist also die frage die hier zu prüfen wäre sie können sich den sachverhalt ja schon mal anschauen sie schon mal gedanken machen dann werden wir in der nächsten stunde den fall gemeinsam lösen und dann auch noch die handlungsvollmacht anschließend besprechen bis dahin also für heute und wir sehen uns dann in den nächsten wochen wieder alles gute